Hallo und willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Wir sind noch immer in Ottnur Level 13 und kämpfen hier gegen diese Horden von Viechtieren. Ich baue hier nochmal von Geistern. Kommen her. So, du. Bewilderment, Dazed und Confused. Wir brauchen aber irgendwas gegen Stunt. Hobbit und Stuck. Gibt es da nichts gegen Stunt? Bis 15 All Defenses. Gibt es da nichts gegen Stunt. Nee, Stundes scheint das einzige zu sein, wogegen man gar nichts tun kann. Den können wir natürlich casten. Einfach höhere Defenses, aber... Uhhh... Bzzzzzzzzzzzzz... Hmmm... Fortitude ist extremst Ok Der kann da nicht hin So Ah, ihr habt Punkte sammeln Da wird sich aber auch sicher jetzt jemand zu mir rüber porten Da ist auch der Insektenschwarm nicht drauf Der ist weg Und da kommt der Stun Werde hier nicht vorher abbrechen können Dreimal Stun Sehr gut Ich glaube weiter hinten in dem Raum sind aber auch noch welche Alle hatte ich eben nicht rausgezogen Ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr Na, warte mal. Der ist weg. Shit. Da wollte ich eigentlich gar nicht draufklicken. Kann ich aber jetzt auch nicht... Doch kann ich abbrechen, okay. Der kann nicht weg. Okay. Jetzt schon. Aha. So. Spirits. Right. This spirit stands stiffly at attention. Her gaze focused on the end of the hallway. The arm bears up a heavy round shield. Though the rippling blur of soul energy obscures what lies upon it. Speak and... Oh, speak and Grythian. Hello. Her head turns a little... They've passed the blight forges. If the overseers live, we may stop them yet in the chambers beneath. She snorts. If Kabiros and his pack of scheming wizards haven't betrayed us, the mob may be up... May be on us soon. Better to make peace with whatever god will have you. She pauses, looking at you. Are you afraid? Afraid of what? Indeed. What's to fear at all? She looks away from you. Our own people turn against us. What remains if we are victorious? Who will feed the machines then? I do not fear the battle. I fear what will become of our lord. Once we are victorious. What further madness the children of the wheel will pour into his ears? Perhaps he would stop once his son is returned to him. But will they let him? Children of the wheel? While Otnuar contents himself with his titan, they dig after the very heart of heaven. She gives a sore laugh. Madness. All of it. And yet Otnuar holds them close at this side. None of this would have happened if not for them. They have driven our great lord Grom from grief and into madness. Pushed him into these deeds. She pauses. He was a great king. Perhaps he will be again. Come. We'll relay the defense at their steps. Funnel them into our blades. With the animates beside us, they won't stand up. The spirit gasps wordlessly. Mouth agape. She grobs for something at her back. Unseen and takes a listing step sideways. Away from you. Her eyes wide gaze into yours. You try. Her leg buckles. And as she falls, the misty lights which form her shape thin and scatter. Uh-huh. Nice and quiet. Your thoughts must flow deep. Deep. Oh Gott. Ja, die sind schon so ein bisschen lästig, finde ich. Ups. Ja, ja, ich gehe eigentlich schon. Blut. Blut. Uhhh... Da ist noch so ein Raum Bitte lasst den nicht auch gefüllt sein Mit diesen Gegnern Ah, okay Das geht doch Your thoughts must flow deeply Indeed Watch How may I help? Hey Alle hinten sind noch gar nicht mal gekommen Und war die auch direkt Oh boy Spratz, er wollte ein bisschen nach rechts gehen. Genau so. Sorry mal, dass da keine Falle auf dem Weg ist. Your thoughts must be deep. That's it! Got him! Hey. Grunsch, grunsch. Margarin's fire casts light in dark places. Okay. These strange mechanisms have cracks in several places and some components appear to have been dismantled. Well, there is no clear means of activating them. Keine Falle. Super. Na gut, dann geht's hier weiter. Of course. Animat. Your thoughts must flow deeply indeed. Hm. Okay. Na, wenn das alle sind, dann ist das kein Ding. Ha. Gekonnt. Äh. Äh. D-d-d-d-d-d-d. Da. Den. Ja, die legt sich dann wieder selber auf die Schnauze. Aber das passt. Muss eigentlich nicht. Na. Hup. Hup. Dem hab ich nichts gegeben. Was? Hup. Was? Fertig war's fu- Naah. Da kommt noch einer Machen wir direkt noch einen Kronen Ok Oh, pass auf Der liegt da wieder Kleines Gewitter Wenn das nicht besonders effektiv ist Ist immer noch effektiver als normal Anzugreifen Ähm, damit Ach, die braucht noch Ähm, dann machen wir das so Da kommt der Stun Ah, die haben geheilt Machen wir noch einen Hobbel drauf Naja, der hätte ich direkt mit mehr Schaden rangemusst Wieso sammelt die keine Energie gerade Oh Hoi Holla die Waldfee 61 Schaden So, jetzt aber Machen wir nochmal Machen wir nochmal Okay, okay Hm Hm Jetzt wird das ja nie was hier Da kommt wieder Kommt wieder Schaden Äh, Stun geil Und der ist wieder vollgeheilt was Nääääääääääääähh Ich lad das mal mach den Kampf neu und bürste die um das ist ja Lästig. Ich muss jetzt mal wieder warnen, dass der Bug weg ist und die geheilt sind. Pullen wir... ...damit. S... S... Oh! 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 Eeks! Hmm? Hmm Okay Ist auch umgeworfen. Dann. So. Dann machen wir hier direkt. Scheiße. Der kann auch. Crush sind hier anfällig. Also. Beziehungsweise. Nee. Schocks sind hier anfällig. Ja. Schmack. Und weg. Schmack. 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 Einmal, schmack. Ja, mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Hi? Na, es hat doch irgendwie besser funktioniert. Ja, nicht gut. Ja, 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 ja. Was ist das? Mechanics buff. Toll sand. Okay. Hm? Okay. Steady does it. Der nächste Raum. Ja, das hätten sie ruhig ein bisschen kleiner machen können. Die Kämpfe sind irgendwie nicht besonders... Ja, oder sagen wir mal, die sind ermüdend in dieser Anzahl. Hey. Hm. Hey. 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 Your thoughts must flow deeply indeed. Aye? Your thoughts must flow deeply indeed. I wish you no harm. I wish you no harm. Psst, psst. Okay. Holla, die Waldfee. Da ist wieder ordentlich was. 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 Schade, die dahinter, die trifft man da noch nicht. Das hätte sich der doch ganz gut gelohnt. Vielleicht so. Machen wir einmal Vulnerability drauf. Oh, der ist weg. Schön. Stehen bleiben, stehen bleiben. Die verstopfen sich da jetzt gegenseitig den Weg wie es aussieht. Machen wir mal ein Gewitter. Oder wirklich mal einen Schritt nach vorne. Gewitter an. Bäms. Was die auch theoretisch machen könnten, wäre Expulsion. Jagen wir da mal einen rein. Jagen wir da mal einen rein. Okay. Naja, das ist leider zu weit weg. Für Expulsion. Wieder vollgeheilt. Hey. Stop! Blut. Piersing haben sie einen Mix. Aber ich glaube das ist immer noch besser. Bäm Bäm. Sehr schön. Und dann geht's noch eine Beine. Hast du oben?" Du bist das so einfach. Ich gehe mal so einfach weg. Geh mal so einfach weg. Geh mal so ein dicker Job. Ich gehe mal so einfach weg. Ja, die schlossen auch immer wieder ah, das ist mir das lösen. Und dann schlossen. Ja, die schlossen. Die schlossen. Und dann schlossen auch einfach. Schleimt. Das ist mir schon, dass er das genauso lägen wäre. fragen. Schleimt. Ich gehe mal so. Ich gehe mal da. Was ist das? Das Ding ist nicht der Job! Ganz viel unnützer Krams Klamm reveal! Potion of Lenggarth displays the image. Kram? 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 Oh Gott. Oh Gott. Komm da drüberlaufen? Was bin ich denn noch aus? Vier Stück. Mindestens. Ja, okay. Vier. Vier Stück. No good. Fünf. Hm. Ziehen wir die mal alle in die... Alter, Mann. Den zuerst. Nein, machen wir noch nicht. Lauf mal weiter. Du auch. Okay. Jetzt machen wir den Buff drauf. Ja, nicht benutzt. Die linke Seite wurde da nicht so schön getroffen. Hintet sich direkt nochmal. Äh, aber wieder auf ihn. Nein, nein. Nein, nein. Lava. Ah, Mist, da kommt der nächste. Ava, we'll be on seek. Oh, almost tap. Stop. Oh, stick. I guess I'm doing the job. 3 Sekunden. How may I help? Das sieht sehr schlecht aus für meinen Job. Ja. Laden. Ja, die Stunts sind fies. Der erste von meinen Stunts, der hat er auch nicht gut getroffen. Da hätte ich vielleicht auch wieder mehr mit Öl arbeiten müssen. Alright, then. Dann müssen wir wieder warten, bis die Gehalt sind. Die Stunts. What? Hey. Alright. Dann. Mhmmmm. Hmm... Hmm... Ja, da kommen die Stunts durch Fürchte ich Na, bis dann Das ist aber auch ein Scheiß hier Na, ist wieder vorbei, kann nicht laden Wenn ich irgendeinen Zauber hätte, mit dem ich mich gegen Stunts schützen kann Hmm... Aber Fremont Ja, natürlich. Hey. Dann, der hat sich schon weg teleportiert. Ich glaub, der ja wär auch brutal gegen die, wenn die um meine Leute rumstehen, dass ich das komplett auf meine machen kann. Na, da kommt schon der, der Stun. Machen wir mal den, direkt den nächsten Stun von mir. Okay, der wird anscheinend abgebrochen durch den Prone. Dann kann der auch was anderes casten. Ja. Mhm. Der brutzelt immer, auch wenn er gestunnt ist. Machen wir das mal. Ready. Da kommt der nächste Stun. Your thoughts must flow. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Unseek. How good. Lovaro. Und... Nach da. Da ist der nächste Stun. So. Sehr gut. Sehr gut. Was ist das? Was ist das? Da kommt wieder ein Stun Da kann ich aber jetzt auch nichts gegen Doch, eventuell Wunderbar Na gut, den habe ich noch mal selber meine eigenen Leute reingehauen War vielleicht nicht so gut, aber Spirits Da ist ein Geheimbahn, wie es aussieht Gerne fallen Eldrass grown into the crevices Of these weathered shelves like fungus Pushing Past stone and copper A hazy form Stands before you From time to time The blurring features resolve into what you take To be an elven man I can't do this anymore How am I going to explain How can we possibly give him What he wants The spirit speaks in quick Hushed words of Ingrithion And shakes his head As if to answer his own questions He's going to kill me He's killed so many Why should he stop here Who are you He has brought so many people down here I hear such terrible things From the upper floors Even here These constructs I cannot help His voice lowers I think sometimes That I will wake And find myself Inside one of these animates Will I even know Will it not be like Waking one day To find myself blind and mute What does he want The figure paces a few steps Raising his hands To his temples What we cannot give What we cannot give him Even after all this time There is so much We do not know He wants his son The boy he knew Whole and preserved Returned to him But people Souls They don't always remember Who's to say His son will remember Being his son at all Remember his father's face I haven't seen mothers Forget their children What are you doing here I'm hiding I passed by one of these Of the machines And I suddenly I couldn't breathe I was thinking about The work we've done The things we've seen How even small deeds Can scar the soul Is mine so wrecked Will Otnuo's son be grateful When we have torn him From his breast How could you do all this I didn't think It would go so far I didn't know Otnuo is our leech lord How can I refuse him He looks up Startled looking past you No I'm not I'm not saying anything like that I'm only frightened I'm sorry I don't Don't tell anyone Please Are you still loyal to Otnuo? Of course I'm a devoted servant His voice goes high With terror I didn't mean Please Please I never Meant that I would Ever renounce my oaths Do you know The way past the speaking door? I know the oath Of course We speak it every day I'm servant of Otnuo My sword arm Is pledged against his enemies My soul is sawn to his purpose The spirit seems to curl In on himself Sawn Are you still? Bla bla You well melding coward Okay Coward Can we that run vorbei Nö Kommt noch Okay Dann müssen wir wieder hoch Erstmal die Quest abgeben Und dann geht's da durch Trappel, trappel, trappel We are we that way We don't see it We are ready ede I To the right To the right You You Es leves und es stinks aus dust und old souls. So, does it have the other characted ones? I found all the samples, I'll take them back to your leader now. Na, Lingerer, except forward, claws outstretched. Give us what charact demands, this is not for an outsider, a crawling worm among giants, it hisses. Give it here. You think you fried me? Charak asked me to do this, because you couldn't. Hold up the refined aldra crystal. Then, maybe I should smash this and you can find your own. You feel a sudden pulsing wave of anger from the Vithrag. It is so clever, Tang, the trespasser, I will feed it to the spiders. Let them drain the juice from its eyes. What does it know of the endless paths? The Vithrag grows. It walks them but a little while it grows. It uses trickery to pass the other man. Are you certain? The Vithrag studies you for a long silent moment, black eyes gleaming. At last it lets out a rattling hiss frustrated. I name it poorly. It is pestilence, not trespasser. Go then. Take these things to Charak. It is a vile thing. I do not wish to look at it. It was its victory. When the endless paths swallowed up in darkness, I have mine. When I went back to this channel, I was confronted by some scouts who wished to take credit for my discovery. I was able to convince them to let me pass. Charak. Charak greets you, human animal. Charak. It has been below. It has what we seek. Give Charak the items. I have the address samples. Your scouts weren't so grateful. They tried to ambush me on the way back. You feel phantom fingers tracing your thoughts. Charak sees. Is sorry for what Christoric does. Charak speaks to scouts. Explains. It is not harming human animal. Here. Charak gives. This. Is making peace. Yes. Give Charak the items. I have all the address samples. You feel another passing itch in your skull. And then a rippling echo of joy. Then Vithrak. Oh. A great debt. With these we study. Learn master secrets. We make statues greater than old. Dead master follow place. Stravek. Nalith will gleam like the sea. Vithrak. Thank you. Is having coin. Is custom. Yes. Vithrak. Have coins of many ages. Will have give many. Thanks for a moment. If human animal goes still into the deep places. Should talk to Krivi. Krivi has supplies. Will help. Charak is giving. This also. Found in tunnels. And does not suit Vithrak. Keep human safe. Yes. Will bring fortune. Glad to have Charak. Vithrak. Remember. Long after sun falls into sea. This is start of something. New turn of the wheel. Okay. Jarek turns towards the nest. Lining the wall. Young will live in better place. Drawn in spring. Ein Dolch. Superb. Ja. Mh. 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 Accuracy. Damage. Da ist halt der Drain mit bei Den DR Bypass Ach, da kannst du nochmal so Wound Over Time mit drauf Nein, ich nehme mal das so Und dann knallen wir da noch Corrosive drauf Und Nehmen wir das Da ist alles drauf, okay One more the fluting voice of the Vithrax sounds in your mind Adritong, still welcome, is needing something Your leader said you had some supplies to sell Yes, Jarek is saying you help us Crevy is collecting supplies, Adritong can see Jo, nur Crap Super Gut, dann mache ich auch hier den Schnitt Dann geht es zum nächsten Mal mit Ebene 13 weiter Bis denn